ich könnte noch alles schauen wo habe ich noch etwas vergessen aber hallo leute willkommen zurück bei tonk mechanics simulator bei redox und weiter geht's mit uns ich muss sage diese panzer er macht mich ganz pleit anfahren gut jetzt will ich auch gerade sagen wir haben jetzt auch so ich habe die tickets erhört bei meinem panzer museum ich hätte gerne auch diese jetzt haben wir nur drei besucher ok aber dreimal 20 es werden auch sich bestehort hier ja weil fünf dollar es war auch zu niedrig die so niedrige die antritt sein aber wenn ich habe eine volle museum da könnte ich auch gerade locker 50 dollar verlangen dann war für die antritte ok jetzt von satto panzeranalyse da waren wir wieder beim geschütztürm ein hause rumpfe ja motorgerose ja weil jetzt ich habe auch geld weil ich muss sowieso diese panzer auf 100 prozent haben und dann machen wir das auch auf 100 prozent ok jetzt montag das montag der sponsor ist sehr wichtig ich glaube nicht dass ich dank reparatur gut das war auch gestand alles normal ok aber jetzt da fällt noch ein paar teile zum beispiel an dem rad was fällt noch ihre stift das offen ok das brauchen wir dann und zu glück ich habe noch geschaut in dem lager ob ich habe noch teile von dem andere panzer noch gehabt zu verkaufen weil das ist auch meine rettung muss man auch so zu geben ok 48 dollar das ist auch nicht schlechte das war es hat auch weniger gekostet ok panzeranalyse dann muss ich wieder dran ja jetzt fällt noch zwei prozent dann ok war und dem kanon alterung ok die kanon alterung ok ob ich finde das auch so schnell kanon alterung ok ok was noch jetzt muss man auch schauen was gefällt noch jetzt aber ich bin sprachlos jetzt ist alles fertig montag des zustandes sponsor 98 prozent warum ja ok ich glaube jetzt es ist alles vorbei könnte ich der panzer einfach so abschicken das muss man muss man sehen jetzt poste nein da fällt noch was ich schreibe mir wieder schnell so aktive ok warum könnte ich das oder ist etwas irradanor oder sind wir jetzt mal wieder zu dem oder ist etwas ihr alles korrekt ok geschütztürme alles korrekt motor alles ok gerade ok das ist wieder die teil die musik moment erstmal das weg erstmal das weg und das hier das ist das ist auch wieder die teil die habe ich auch nicht auf alle im guten zustand ok reparatur und vielleicht jetzt ist er komplett fertig na gut mal ich könnte noch schauen über die die farbe von dieser schermann 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 panzer ok ok aber die haben auch ok ich hätte gern die bild sehen ja ok 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 ich werde auch versuchen eine medie lackierung in die lackierkabine das auch so wie in die normale zustand zu bringen jetzt ja weil ich muss sagen es hat auch sehr lange gedauert mit alles aber ich könnte auch ein extra machen für den der kunde so jetzt 100 ok und jetzt ich bin sicher dass ich könnte das sponsor abschicken und fertig aber nein da habe ich nicht etwas dazu war warum ok ich brauche dringend hilfe ja ja ok aber der panzer ist auch fertig oder ich sehe falsch lackierung 98 prozent ja ok gut gut ich bewege mal auch die panzer im lackierkabin zur lagerkabin zur lagerkabin zur lagerkabin zur lagerkabin erst mal ich schaue mir auch das ob ist alles ok mit farbe lackierung fällt noch 2 prozent ich weiß auch nicht wo soll die 2 prozent noch fällt ok ok ist alles alles ihre ist alles schön ok ok dann machen wir die farbe so oh mal die tür auf so wie das war irre oder nein wie könnte ich meine panzer bewegung zum lackierung weil ich hätte gern diese panzer bewegung in rom dem montage modus modul lager tablette in rom panzer aus ok ja moment mal jetzt das war option panzer bewegung jetzt ich war auch jetzt gerade die so die sind auch grünen wo ist das jetzt dass ich könnte man auch arbeit an dem panzer ja ich habe auch einmal mit euch das gemacht mit die farbe und jetzt okay jetzt achtung so erst mal das ist ein amerikanischer panzer das ist klar okay 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 moment aber normal es kommt auch diese diese teile hierher die ist nicht verordnet bei dieser panzer was ich gucke auf dem andere bildschirm bei mir okay aber erst einmal brauchen wir sterne skala machen wir kleine okay ich glaube das kommt noch eine zweite okay so aber jetzt diese teile ja die kommt normal ihrer in die miete muss ich das noch klein machen okay aber die ist noch mal etwas größer man könnte das ist auch nicht so ganz gut sehen aber okay okay mama so okay war jetzt kommt nun oder was haben wir als nummer ihre armen wir auch ja doch wir haben nummer okay mama 0 ich versuche mal auch eine panzer so wieder weil ich das ist auch ganz kleine das ist noch nicht so groß so ein prozent jawohl 0 0 1 die panzer ok ich sehe auch schön dass kommen diese dreiecke wo aber die sind auch groß die dreiecke sind aber große klick lk ok ich bin das andere a jl ok ja ich versuche mal ich versuche mal etwas auch korrekt zu aber nein dann lassen wir mal ein rund vielleicht ist auch besser und dann machen wir mal fünfe ich muss das drehen aber warum warum ist das so ok lass mal so ok gut jetzt farbe ja ok das passt auch schön diese grün so endlich mal ihre ok ok anwende ok ja die farbe passte aber lackierung das fällt noch zwei prozent aber ich weiß auch nicht was fällt ich habe trotzdem alles lackieren hahaha ok aber gut ich glaube ich könnte mal auch diese panzer abholen lassen so abholen lassen der kunst und diese panzer zurückbekommen ok poste schaut ihr das an ich könnte noch nicht mal diese diese panzer wieder zurück schicken aktive kontrakt ok abgelehnt abgelehnt fell geschlagen ok ich habe keine ahnung warum ich könnte das noch nicht mal abschließen ok 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 aber wenn der panzer muss weg einfach hahaha der panzer ist fertig hallo was soll ich noch ran machen jeweils zwei prozent ja lackierung fällt noch lackierung noch zwei prozent aber ich weiß auch nicht wo da ist für mich alles im normalen zustand oder ist das im inneren rum dass etwas fällt ok hier oben steigenden panzer schütze ok aber ich sehe auch nicht etwas relevant schütze da ist auch alles tipptopp ok ja da habe ich auch keine ahnung warum vielleicht die türenkaube aber nein wir haben alles gemacht okay ich habe keine ahnung für den moment mache ich auch kein geld ja ich könnte mal auch noch nicht mal diese panzer ab wieder zurückschicken so dann ich werde sagen ich bewege diese panzer wieder panzer statu inspection modus ok inspection modus panzer analyse inspection modus ich könnte noch alles schauen wo habe ich noch etwas vergessen aber es ist alles optimal aber warum der spiel sagt mir du kannst nicht dass ich habe auch keine ahnung leute ist das ein bürger im spiel aber ich glaube eh nicht ok gut dann bewege ich diese panzer weg in rom tablett lager 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 nein modus menu ah ok panzer statu ich hätte gerne diese panzer wieder bewege panzer bewege ah inspektion modus ok nein 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 testfahr option ja mit die lackierung ich weiß auch nicht was fällt noch mir lackierung fällen boteile kaufen ich kann auch nicht denn was kaufen ok gut dann jetzt habe ich auch verstanden panzer statu panzer bewege ich stelle ich stelle den panzer wieder zurück darüber ok 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 aber jetzt ok aber jetzt ich will mal schauen nein angebot reparatoren ah schade weil das bringt 14.000 dollar aber aktiver kontrakt ok gut ich werde sagen ich habe noch ihre ich muss panzer renoviert kannst du mir bitte helfen aber wieder 18.000 dollar ok aber dafür habe ich kein geld aber ihr es ist vielleicht eher machbar ok ok ich habe eine andere panzer dieses mal zusammen gebaut werde sie müssen fälle für meine t34 96 im online shop kaufen und sie montieren ok mal schauen was das ist ok dafür doch nicht so viele teile glaube ich oder so panzer analyse doch da fällt noch viele teile großes schaltgetriebe ok ok moment mal da haben wir auch viele sachen die nicht vorhanden sind ja nur ok große schaltgetriebe aber ich habe auch keine zugriff groß das schaltgetriebe wo ist das weil hier ist motor große ok moment mal jetzt habe ich auch etwas nicht so verstanden ok dann gehen wir mal wieder motor groß motorlück auspuffen aber jetzt bekomme ich auch keinen hinweis jetzt hallo ich hätte gerne montieren ok das sieht gut aus dass diese neue auftrage ist auch mit problem so panzer statu panzeranalyse so kraftstoff tank ok ja klicken sie zur montage nein demontage ok ok jetzt sehe was fällt hierher fällt etwas ja war gut aber ich soll der motor große erstmal bauen und nein ja da ist auch viele teile nicht vorhanden ok das ist mir klar aber aber ok also rumpfe das schaltgetriebe ok erstmal kaufen wir die sache ok das ist eine t34 96 so lück das schaltgetriebe das muss ich kaufen lück des schaltgetriebe ok dann motor groß brauchen wir motorlück ok dann die beiden auspuff glaube ich auch wenn ich aber auch das richtig gesehen wo ist das auspuffe 1 1 1 2 2 ich weiß auch nicht ganz genau erst mal kauf ich das hier erst mal kauf ich das eher ok ok erstmal der ganze motor raus erstmal ich muss das ganze motor rausholen hoppla ok dann wäre das bestimmt funktioniert ich denke mal auch schon ok und jetzt ok motorgerhose nein warum will der auch unbedingt dass ich diese motorgerhose ich brauche das auch nicht ganz genau im moment jetzt gerade außerrumpfen ok los ok er sagt mir auch nicht wo ist die teil ha 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 das schaltgetriebe muss ich das auch ihre alles abbaue ich glaube auch schön ok leute das wird kompliziert jetzt gerade mit dieser panze ich habe auch nicht so gerechnet ich habe auch gedacht ja ok man könnte alles so schnell anbauen aber da muss ich erstmal alles weg kraftstofftank ok mal weg kühler ja ich mache alles weg leute dass ich könnte auch endlich mal dran arbeit ok wir sehen auch einfach wie das ist gebaut in diese panze die bremsströme achse getriebe ok ja weil ich will auch gern die zeile montieren aber ok warum könnte ich das eher nicht abbaue hallo doch jetzt nein abdeckung der box für munition ok und ihre könnte ich das nicht abbaue ok so erst mal generator ok le filter le filter ok moment mal aber wo ist das jetzt geht es geht geht gehts jetzt gehts gehts geht es gehts 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 läuft wir baja das geht es gehts gehts ich weiß ich weiß ich weiß nicht immer wieder gehts gehts eigentlich immer wieder Erstmal bauen wir die Luftfilter rein. Okay. Generator. Bremsstromöl. Okay. Bremsstromöl. Aha, jetzt Achsegetriebe. Okay. Kraftstofftank. Okay. Kühler. Kühler. Okay. Kraftstofftank. Okay. Und jetzt? Hö. Aha, aber manchmal Achsegetriebe. Okay. Aber jetzt mehr habe ich auch nicht. Ich glaube, ich muss noch diese Tür weg machen. Haha. Ja. Alles abbaue. Ich habe euch gesagt, ich muss alles abbaue. Okay. Hoppla, hoppla. Gut, wir machen noch drei, vier Minuten gemeinsam und dann mache ich auch hierher diese Part am Ende. So, die Montage, nein. Panzerstattoo, Panzeranalyse. So, jetzt, ich hätte gerne mal, äh, diese Auspuff baue. Ja. Ah, die Auspuff könnte ich auch nicht mal rein baue. Oh, okay. Das heißt, ich muss erst mal diese Motorgerose baue. Einsätze. Ah, großartig Schaltergetriebe. Okay. Ich habe die Teile auch nicht. Hm. Großartig Schaltergetriebe. Oh, oh. Großartig Schaltergetriebe. Ich bin auch bei dem richtigen Bronzer, oder? So, ich war beim Scherman, nein. Das ist großes Schaltergetriebe. Okay, aber. Ah. Ah, das, Moment mal, Moment mal. Ich habe das vielleicht auch falsch gekauft. Ja. So, Kraftstofftank. Okay. Ich brauche Kraftstofftank, zwei Stück. Ah, aha. Jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt, ich habe es. Ich glaube, einfach. So. Kraftstofftank, okay. Ja, es wird wieder eine Lange gepackt. Oder, ich weiß nicht. Mal sehen. Zu Kasse, okay. So, jetzt. Gehen wir wieder zurück. Panzerstattoo, Panzeranalyse. So. Äh. Kraftstofftank, okay. Jetzt. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, äh, wieviel? Zwei Stück, zwei Auspuff, okay. Zwei Auspuff. Es geht schnell. Das werden wir auch bekommen. Eins, zwei, okay. Okay. Akzeptieren. Hopla. Panzerstattoo, Panzeranalyse. So, Auspuff. Was? Kann. Ich habe Auspuff gekauft. Zwei Stück habe ich gekauft. Ja, hallo. Was soll das? Hahaha. Jetzt, auf einmal, sagt er mich, du hast keine Teile. Hallo, ich habe Auspuff gekauft. Ah, da sind die Auspuff, oje, oje. Und bestimmt, ich brauche noch diese Auspuffabdeckung. Eins, zwei. Ja, und, uff. Da geht es auch wieder, das Geld auch, äh, Rückzug weg, he? Hahaha. Okay, äh, Panzerstattoo, Panzeranalyse. So, Auspuff. Jawohl. Ja, und 4.000, gewinnen, das ist aber lächerlich. Lügt das Schaltgetriebe, okay. Auspuff, okay. Und Auspuff, okay. Und jetzt, jetzt, äh, Moment. Ja, okay, jetzt könnte ich sagen, jetzt kommt der Motor wieder rein. Äh, Panzerstattoo, Panzeranalyse. Okay. Jetzt, Moment mal. Jetzt, äh, boh, boh, boh. Panzerstattoo, Panzeranalyse. Jetzt fällt noch, Motorgröße, Motorlück. Okay, Motorgröße, Motorlück. Äh, hab ich die Teile vorhanden? Wenn ich hab die Teile vorhanden, das wäre auch super. So, Motorgröße. Ah. Okay, Motorlück. Jawohl. Jetzt, jetzt der Panzer ist, äh, ja. Auf 100% jetzt. Äh, nein. Okay. Aber da frage ich mich, warum, äh, meine Ardere auftragen? Ich kann den nicht abschließen. Wegen 2% Lackierung, das wäre doch lächerlich, oder? So, Post. Zeit für den Einkauf. Ja, hallo. Äh, warum könnte ich das noch nicht mal beendet, jetzt gerade? Oh. Hin und rum, jetzt, alles perfekt. Ha. Tablett. Organisier. Ah, jetzt, 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 Moment. Ich war auch komplett, komplett weg. Ah, Sie sehen, das, es war auch die Sache. Das, ich muss zugreifen auf meine Organisier. Okay, okay, aber dann, äh, hierher, die erste Angebotreparatur mit dieser Schirme an. Da kassiere ich sofort das Geld. Hopp, Bestellung abschließ. Und Zeit für den Einkauf. Oh. Jawohl, jetzt, okay, das hat auch, äh, es war auch, äh, eine kleine Fehler von mir. Das, ich habe auch nicht, äh, richtig geschaut über alles. Aber trotzdem, aber trotzdem, jetzt, wir haben 19.500 Dollar. Sollten wir jetzt noch den Panzer suchen, das könnte man noch machen, oder? Es wird auch ein, äh, wieder eine Lagerpap geben. Oder, ah, das Bärkt macht für die nächste Folge, oder? Ja, das Bärkt macht für die nächste Folge. Ich bedanke mich noch dafür zu schauen, und bleib gesund, wie immer. Wie immer, und vielleicht gibt es noch, äh, die Ausgangspätregelung wieder niedrig für uns alle, dass wir können einfach auch wieder, äh, gemeinsam auch wieder die Leute treffen. Aber ich weiß auch nicht ganz genau, jetzt, äh, wir sind gerade, äh, Anfang April, ich schätze mal, dass die Partierer kommt, noch dieser Monat April durch, dann wird mal sehen. Aber auf jeden Fall, das Spiel macht Spaß, äh, wenn ich aber auch etwas vergessen habe, trotzdem, äh, ja gut, es funktioniert, die Werkstatt, die Werkstatt funktioniert. Ah, man könnte noch sogar schauen, was ist mit meinem Panzermuseum, äh, uff, schaut ja das an, ich habe nur sechs Besucher bekommen. Und, ja gut, äh, 6x20, ja, das ist, das ist gut einfach, haha, ja, ich werde sagen, das ist zu, zu teuer. Man könnte wieder gehen auf 8 Dollar, ich habe für den Moment sowieso nur, äh, an Pons, äh, das wäre auch schrecklich zu, zu gehen auf, äh, auf 5 Dollar war interessant, haben wir auch gesehen, das war, mehr Leute, okay, aber gut, jetzt, ich mache Schluss, ich bedanke mich dafür zu stauen, und wir sehen uns in einer neuen Folge, jetzt, die Fälle sind beobt, wohl meine Zeit, und, oh, ah, kurz, mal gehen noch auf die Bank, Okay, Kreditabzahle, ich habe sowieso, äh, 8.000, zu, zurückzuzahlen, äh, wir warten noch, wir, wir warten noch, oh, das Kredit für den Moment noch 7.000. Äh, nee, 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 noch für für arbeit zeit für den einkauf verfügbaren kontrakt okay das ist ein panzer okay da bekommen wir 18.000 okay das könnte man auch machen bevor das man holt sowieso der neue panzer und dann machen wir noch diese angebot reparatur und gut benötigt reparaturzustand normal okay das heißt nicht auf 100 prozent normalerweise werden wir sehen okay okay das war's und tschüss wir sehen uns noch und